hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video die winterpause ist vorbei und wir starten direkt wieder durch mit home assistant und zwar möchten wir uns heute einmal ansehen wie man sich spritpreise aus der näheren umgebung in home assistant anzeigen und in einem zweiten schritt auch nach preis sortieren kann die inspiration zu dem thema stammt von unserem discord da kam nämlich die frage auf wie man das thema umsetzt dadurch bin ich überhaupt erst darauf gekommen habe mir das ganze einmal etwas näher angesehen und habe mir gedacht dass es sich auch für alle interessant die eben nicht auf unserem discord anwesend sind sollte die also noch nicht auf unserem discord sein schaut doch gerne mal vorbei link ist unten in der video beschreibung wenn euch das video gefällt euch die thematik home assistant interessiert lasst gerne ein like da abonniert direkt den kanal und klickt auf die glocke wenn ihr kein video mehr verpassen wollt ich würde sagen wir legen jetzt direkt los mit dem video so hier seht ihr jetzt mein home assistant ich habe hier schon mal einen neuen reiter für die benzinpreise angelegt hier oben mit der zapfsäule und somit würde ich sagen legen wir auch direkt los als allererstes brauchen wir einen api key also einen privaten schlüssel um zugriff auf die schnittstelle von tanker könig zu erhalten dafür gehen wir als erstes jetzt einmal auf die internetseite tanker könig.de und dann sehen wir direkt hier oben open data api und api key da klicken wir mal drauf hier kommt jetzt erstmal eine kleine erklärung was das ganze hier überhaupt ist wie das zu benutzen ist könnt ihr euch ja alles mal angucken was uns jetzt interessiert ist erstmal der api key da klicken wir hier drauf dann springt ihr jetzt erstmal hier auf die terms wo wir nochmal darauf hingewiesen werden was im problemfall zu tun ist etc dann klicken wir jetzt hier nochmal auf api key und jetzt seid ihr in dem formular über das ihr euren eigenen api key beantragen könnt das heißt hier geben wir jetzt erstmal unsere e mail adresse an unter der wir unseren api schlüssel registrieren möchten als verwendung sage ich jetzt hier anderes home automation system welches system home assistant nutzungsbedingungen müssen wir natürlich akzeptieren und dann klicken wir auf senden und dann seht ihr jetzt hier registrierung teil 1 ist abgeschlossen api key sollte also jetzt per e mail in den nächsten minuten bei euch ankommen und hier seht ihr jetzt so sieht die e mail aus die wir von tanker könig erhalten und was uns jetzt interessiert ist hier dieser schlüssel damit wir diesen schlüssel gleich nutzen können müssen wir jetzt einmal hier auf diesen link klicken dann bekommen wir hier die bestätigung dass unsere api registrierung abgeschlossen ist somit ist unser schlüssel jetzt einsatzbereit können wir also wieder schließen hier tanker könig die seite können wir auch zu machen das einzige was wir jetzt noch machen müssen ist wir markieren uns hier den api schlüssel und sagen einmal kopieren das könnt ihr mit steuerung c machen oder rechte maustaste kopieren mit dem api schlüssel in der zwischenablage wechseln wir jetzt wieder zu home assistant und gehen hier mal in den file editor und im file editor öffnen wir jetzt die datei konfiguration jammel denn hier müssen wir jetzt unsere integration für tanker könig eintragen ich scroll dafür mal ein bisschen runter bis über den punkt wo meine gerätekonfiguration startet und dann fangen wir mal an und zwar als erstes schreiben wir jetzt hier einmal tanker könig doppelpunkt in der nächsten zeile eingerückt mit zwei leerzeichen schreiben wir dann api unterstrich key doppelpunkt und fügen jetzt hier unseren eben per e mail erhaltenen api schlüssel ein den api schlüssel müssen wir noch in anführungszeichen setzen da es sich ja um einen string handelt was wir jetzt noch mitteilen müssen ist erstmal unser standort in welchem radius uns die tankstellen interessieren wie oft er die werte aktualisieren soll und welche treibstofftypen uns interessieren fangen wir mal mit der treibstoffart an das wäre fuel unterstrich types doppelpunkt und darunter können wir jetzt eine liste an werten angeben gültig ist diesel e5 und e10 in meinem fall nehmen wir jetzt als beispiel mal nur e5 wenn euch jetzt aber zum beispiel noch diesel interessiert könntet ihr diesen hier so noch mit eintragen ich verzichte da jetzt mal drauf und mache stattdessen direkt weiter mit dem standort der standort besteht aus latitude und longitude ja wo kriegen wir diese beiden werte her eigentlich ganz einfach wir gehen auf google maps so wenn wir jetzt unseren standort gefunden haben der uns interessiert klicken wir einmal auf die stelle die wir markieren möchten dann erscheint hier so ein kleiner marker und dann haben wir hier unten die möglichkeit auf diese koordinaten zu klicken wenn wir das getan haben erscheinen genau die koordinaten die uns interessieren hier oben in der url heißt hier kopieren wir uns das ganze jetzt raus können google maps wieder schließen und fügen das ganze hier ein die 51 also die größere zahl ist die latitude und die zweite zahl ist longitude so und somit haben wir auch schon unseren standort bestimmt was jetzt noch fehlt ist der radius und das scan intervall das tragen wir auch noch eben ein als radius nämlich in meinem fall jetzt einfach mal drei kilometer und ein scan intervall sagen wir mal von 1800 ja und das war es eigentlich auch schon mehr müssen wir hier jetzt gar nicht einstellen wir klicken auf speichern und jetzt müssen wir home assistant einmal neu starten damit er die integration neu lädt und uns die benötigten entities erzeugt dafür gehen wir hier auf einstellungen scrollen ein bisschen runter zur server steuerung sagen einmal konfiguration prüfen und hoffen dass alles richtig ist jawohl konfiguration ist in ordnung also können wir ruhigen gewissens den server neu starten verbindung getrennt das gerät startet neu und jetzt müssen wir erstmal warten bis er wirklich wieder vollständig hochgefahren ist denn wie gesagt er erzeugt jetzt im hintergrund ein paar neue entities für die tankstellen die er in diesem drei kilometer radius um unseren standort findet und vorher können wir eh nicht weitermachen also heißt jetzt erstmal warten unser home assistant ist neu gestartet und jetzt schauen wir doch direkt mal nach ob auch alles funktioniert hat wenn in den benachrichtigungen nichts auftaucht ist das schon mal ein gutes zeichen wir gehen mal auf einstellungen entitäten und suchen jetzt hier mal einfach nach tank und dann seht ihr hier auch schon tanker könig bft tanker könig jet tanker könig rewe so und das sind die fünf tankstellen die eben in dem drei kilometer radius den wir ausgewählt haben auftauchen nehmen wir jetzt einfach mal als beispiel hier eine von den shells ich kopiere mir mal eben kurz die entitäts id und wir gehen mal in die entwickler werkzeuge und schauen uns so eine entität mal kurz an und hier seht ihr jetzt einmal den zustand 1,409 und das ist der preis für e5 also für super benzin an der shell in wärmelskirchen in hünger 12 ihr seht also ihr kriegt hier noch mal die adresse ihr kriegt die straße einzeln die hausnummer einzeln die postleitzahl die stadt noch mal die genauen koordinaten der tankstelle ob sie geöffnet ist oder nicht in welcher währung die preisangabe ist dann gibt es hier noch mal ein friendly name und ein icon ja und jetzt schauen wir uns mal an was wir mit den daten so alles anstellen können gehen wir mal in die übersicht sagen hier einfach mal benutzeroberfläche konfigurieren karte hinzufügen und wählen mal den einfachsten fall aus und zwar elemente die vorgeschlagenen entitäten schmeißen wir mal raus und suchen hier jetzt mal nach tank dann listet er uns wieder hier die bekannten fünf entitäten für tankerkönig wir nehmen jetzt mal hier zum beispiel die jet dann sagen wir mal die shell nummer 1 die shell nummer 2 und meinetwegen mal die tankstelle am rewe ich sag jetzt mal speichern und dann seht ihr jetzt hier das wäre so der einfachste fall wir haben hier vier tankstellen mit drei preisen und einmal unbekannt unbekannt heißt einfach in dem moment wo er die preise abgerufen hat war die tankstelle wahrscheinlich nicht geöffnet also bei geschlossenen tankstellen bekommt ihr hier keinen preis dann steht hier einfach unbekannt heißt morgen früh irgendwann wird hier auch wieder ein preis auftauchen diese darstellung ist natürlich jetzt nicht besonders schön sie ist funktionell ich sehe welche tankstelle ist es ich sehe welchen preis hat sie funktioniert sieht aber nicht so dolle aus jetzt habe ich natürlich erst mal die möglichkeit dass ich jetzt hier die entities zum beispiel bearbeiten könnte ich könnte jetzt hier zum beispiel einfach sagen bearbeiten und dann könnte ich jetzt hier zum beispiel sagen das ist die jet in wermelskirchenburger straße ich weiß um welche jet es sich handelt also schreibe ich hierbei name einfach jet hin sage speichern und so hätte ich jetzt hier schon mal einen schöneren namen ist aber immer noch von der optik her so ziemlich standard ich zeige euch jetzt mal einen weg wie wir das ganze noch ein bisschen aufpeppen können wir klicken hier auf karte hinzufügen wählen jetzt einfach mal die karte manuell und sagen als typ markdown er meckert jetzt hier schon content required also geben wir ihm content und zwar mit content doppelpunkt größer minus so und jetzt haben wir die möglichkeit hier einen mehrzeiligen text zu verfassen in dem text können wir auch templates verwenden darum geht es uns jetzt gleich auch einfach mal ganz kurz gezeigt wir können jetzt hier einfach was schreiben und das seht ihr dann hier auch direkt als text ich könnte jetzt hier noch was drunter schreiben und das erscheint dann auch hier drunter aber wir wollen natürlich jetzt nicht einfach nur unseren text hinschreiben sondern das ganze soll ja auch ein bisschen schick aussehen dafür schauen wir mal kurz in die dokumentation von home assistant markdown da seht ihr hier schon markdown card home assistant so und hier seht ihr wie das ganze zu benutzen ist wir verwenden jetzt erstmal nur type und content aber was genau hat es mit markdown auf sich das sehen wir direkt hier oben da gibt es einen link markdown klicken wir mal drauf und dann seht ihr hier ihr habt die möglichkeit zum beispiel einen stern vor den text und hinter den text zu setzen dann wird er kursiv mit zwei sterne davor und zwei sterne dahinter wird er fett dargestellt eine raute davor wäre eine überschrift stufe 1 zwei rauten davor wenn die überschrift stufe 2 wir haben die möglichkeiten einen link einzufügen wir können eine grafik einfügen wir können hier so ein blog wie so ein zitat einfügen wir können listen objekte einbinden wir können das ganze nummerieren lassen dann gibt es trennlinien und ja ihr seht so haben wir eine bequeme möglichkeit über dieses textfeld unseren text nachher formatiert anzuzeigen und das machen wir jetzt mal und zwar hätten wir gerne als erstes mal eine überschrift also nehmen wir eine raute und sagen jetzt hier mal super doppelpunkt dann seht ihr rechts auch schon es ist kein kleiner text mehr sondern so ein großer fett gedruckter text 2 mal enter ist ein zeilenumbruch mit drei sternchen eine trennlinie so und dann fangen wir jetzt mal an den preis für unsere erste tankstelle zu hinterlegen dafür schreiben wir jetzt states punkt und dahinter fügen wir jetzt die entity id von unserem sensor ein den wir jetzt hier verwenden möchten das wäre jetzt hier sensor punkt tanker könig unterstrich und so weiter dahinter wieder ein punkt attributes punkt friendly unterstrich name das wäre jetzt das was wir anzeigen möchten nämlich den friendly name von unserem sensor damit er den jetzt anzeigt müssen wir hier noch geschweifte klammern drum machen zwei davor zwei dahinter und irgendwas mag er noch nicht speicher das ganze mal doch es war richtig irgendwie hat er die anzeige nicht aktualisiert hier seht ihr steht jetzt schon mal unser name von unserer entity dann sagen wir jetzt bearbeiten kopieren uns diese zeile noch mal machen nochmal zwei mal enter fügen das ganze wieder ein und möchten jetzt aber nicht den friendly name haben sondern noch den preis des benzin und der preis war ja der status des sensors also der zustand also state so und jetzt seht ihr hier schon haben wir hier den friendly name von der tankstelle und wir haben hier den preis der tankstelle den preis hätten wir jetzt gerne noch fett gedruckt sagen wir mal zwei sternchen davor und zwei sternchen dahinter na das ist noch was klein würde ich sagen also nehmen wir zwei rauten und haben jetzt hier den namen der tankstelle plus einen groß geschriebenen preis wieder eine trennlinie ich kopiere noch mal den ganzen block füge das hier drunter noch mal ein und jetzt ersetzen wir hier einfach mal den sensornamen noch gegen unsere jet und jetzt seht ihr hier shell und jet wenn wir jetzt hier zum beispiel noch das logo von der tankstelle einfügen möchten dann können wir das mit ausrufe zeichen und dann in eckigen klammern image und in klammern dann die url zu der grafik in meinem fall wäre jetzt das shell zum beispiel unter local slash img slash shell punkt png so dann seht ihr jetzt hier haben wir das shell logo und das gleiche können wir jetzt hier bei der jet auch noch machen da möchten wir aber natürlich nicht das shell logo sondern das logo von der jet so und damit das hier funktioniert hier seht ihr sage ich slash local speicher das mal kurz und damit das funktioniert müssen die grafiken bei euch auf der sd karte abgelegt werden in meinem fall liegen sie jetzt in dem ordner www img und da seht ihr jetzt shell und jet wenn ihr euch erinnert es hieß aber local slash img das liegt einfach daran das ist einfach ein internes mapping also der ordner config slash www den könnt ihr im lovelace also in dem frontend von home assistant über slash local erreichen also alles was ihr einbinden möchtet legt ihr in den ordner slash config slash www ab wie ihr seht ihr könnt ihr auch unterordner erzeugen aber ansprechend könnt ihr diesen ordner config www hinterher in der oberfläche eben mit slash local ja so sieht das ganze dann aus das sieht sicherlich auch schon mal ein bisschen schöner aus als wir das hier oben in der sicht haben aber es ist immer noch nicht ganz perfekt als erstes mal der name ist sicherlich nicht der beste heißt anstelle des friendly name können wir hier mal station name nehmen das ist sicherlich schon mal ein bisschen schöner das machen wir hier unten auch ist aber immer noch nicht perfekt denn in dem fall steht jetzt zum beispiel nämlich die teurere tankstelle oben und bei uns auf dem discord ist eben die frage aufgekommen wie kriege ich denn jetzt die billigste tankstelle immer nach oben heißt wie sortiere ich denn jetzt meine tankstellen nach dem preis und genau das möchte ich euch jetzt abschließend auch noch zeigen dafür müssen wir ein kleines bisschen vorarbeit leisten und gehen dafür noch mal eben in den file editor so und jetzt müssen wir einmal gucken in meinem fall habe ich hier einen import von der datei groups.yaml also group doppelpunkt include und dann einen dateinamen wenn ihr so einen eintrag auch habt dann öffnet ihr eure datei groups.yaml ansonsten empfehle ich euch legt diesen eintrag in eurer configuration yaml an erzeugt dann hier oben mit new file die datei groups.yaml und diese öffnen wir dann denn wir müssen jetzt all unsere entities von der tanker könig integration zu einer gruppe zusammenfassen und das machen wir hier in dieser datei ich lage das immer lieber aus damit die configuration yaml eben nicht so groß und unübersichtlich wird und wir nennen unsere neue gruppe jetzt einfach mal all unterstrich fuel unterstrich sensors doppelpunkt als name sagen wir mal benzinpreise all doppelpunkt true als icon schauen wir doch mal was die mdi icons da so hergeben ich suche mal nach fuel so dann haben wir hier gas station outline das sieht doch ganz gut aus hier oben den eintrag kopiere ich mir fügt ihn dahinter ein so und so haben wir jetzt auch das icon festgelegt und was jetzt fehlt sind natürlich die entities unter dem eintrag entities listen wir jetzt alle sensoren auf die uns unser tanker könig zur verfügung stellt das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet so sieht das jetzt bei mir aus ihr müsst natürlich jetzt hier eure entitätsnamen eintragen na irgendwo ist er noch nicht ganz zufrieden hier fehlt eine leertaste so die datei hat den grünen haken wir haben das ganze jetzt gespeichert und jetzt müssen wir das ganze system einmal neu starten dazu gehen wir wieder auf server steuerung prüfen einmal unsere konfiguration und starten jetzt hier unseren server neu so der server ist neu gestartet wir sind wieder im home assistant wir gehen hier oben wieder auf benutzeroberfläche konfigurieren legen eine neue karte an über karte hinzufügen wählen jetzt wieder karte manuell aus als typ wieder markdown und auch diesmal brauchen wir wieder content größer minus und wir fangen auch diesmal wieder mit der überschrift super doppelpunkt an so damit wir jetzt für jeden eintrag in unserer gruppe hier auch eine ausgabe erzeugen können brauchen wir jetzt eine schleife die eben über alle einträge drüber loopt das machen wir mit einer for in schleife die die meisten sicherlich auch aus anderen programmiersprachen schon kennen diese gibt es hier auch und zwar schreiben wir die wie folgt geschweifte klammer auf prozent vor entity in und entity ist jetzt hier einfach die variable die den jeweiligen eintrag des aktuellen durchlaufs enthält heißt wir brauchen jetzt hier nur noch die liste aller entitäten aus unserer gruppe und die erhalten wir mit expand in klammern group.allfuelsensors also das hier ist jetzt die entität id unserer gruppe die hatten wir ja allfuelsensors genannt und deshalb expand group allfuelsensors dahinter eine pipe denn wir möchten diese liste jetzt sortieren das machen wir mit sort und sort müssen wir jetzt mitteilen wonach er sortieren soll und zwar nach attribute gleich und wir möchten nach preis sortieren der preis war der zustand der entität also state wieder eine pipe und jetzt müssen wir noch sagen was wir von dieser entität denn erhalten wollen wir benötigen die entity id die erhalten wir mit map attribute gleich entity unterstrich id wieder eine pipe diese entity id müssen wir behandeln als string noch ein letztes mal eine pipe denn wir müssen das ganze als liste erhalten so und das heißt jetzt er erzeugt hier eine liste von allen entitäten aus der gruppe sortiert die nach dem status der entitäten liefert uns die entity id vom typ string zurück und zwar als liste diese liste geht dann in die for schleife und wird in der variable entity einzeln durchgegangen die for schleife müssen wir jetzt hier unten noch beenden das machen wir mit end for so und hier drin können wir jetzt unsere ausgabe für die einzelnen einträge vornehmen ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal mit dem preis an dafür nehmen wir jetzt hier eine überschrift der stufe 2 doppelte geschweifte klammer auf doppelte geschweifte klammer zu am ende und dazwischen möchten wir jetzt eben den preis holen das machen wir eigentlich ganz normal mit states hier käme jetzt eigentlich die entity id rein in unserem fall brauchen wir dafür jetzt eben nur hier die variable eintragen denn die enthält ja immer für den jeweiligen durchlauf unsere entity id also packen wir die mal hier rein ein euro zeichen dahinter und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe sollten wir jetzt eine liste von preisen bekommen jawohl und hier seht ihr schon haben wir die überschrift super und hier seht ihr diese vier entitäten nach preis sortiert ihr seht nämlich der rewe ist jetzt hier nach oben gewandert ganz automatisch der kleinste preis steht jetzt schon mal immer oben so dann möchten wir hier auch noch wieder so eine linie dazwischen haben und dann würde ich sagen schreiben wir da auch mal noch drüber um welche tankstelle es sich denn überhaupt handelt der name der station war ja station name das ist ein attribut und kein zustand daran kommen wir mit state unterstrich adder also state attribute das erwartet als parameter immer als ersten parameter die entity id und als zweiten parameter den attributs namen also in unserem fall entity und als attribut name station unterstrich name ich speichere nochmal irgendwas habe ich falsch gemacht ach entity so müsste es richtig sein ne ja speichern jawohl wenn man es richtig schreibt funktioniert es auch und jetzt sehen wir hier rewe tankstelle und der zugehörige preis so was uns jetzt noch fehlt ist hier dieses logo das ist jetzt ein bisschen frickeliger denn wir haben keine statische liste mehr wo wir sagen können beim ersten eintrag brauchen wir dieses beim zweiten eintrag brauchen wir jenes logo sondern wir müssen das ganze jetzt hier auswerten weil wir wissen ja auch gar nicht in welcher reihenfolge tauchen sie jetzt hier überhaupt auf aber auch das ist natürlich machbar und zwar schreiben wir jetzt hier geschweifte klammer auf prozent und am ende wieder prozent geschweifte klammer zu und dazwischen können wir jetzt unsere abfrage machen also ein if statement und das machen wir wie folgt wir geben ein if shell in state attribute entity station unterstrich name so prüfen wir ob der text shell in dem attribut station name enthalten ist das if beenden wir am ende mit end if auch wieder in geschweifte klammer auf prozent prozent geschweifte klammer zu gekapselt so und hier drin geben wir ihm jetzt an was er tun soll wenn er denn den begriff shell in dem stationsnamen findet und zwar möchten wir dann unsere grafik eingeblend bekommen also image und wieder in der klammer den fahrt das war local slash img slash shell punkt png wir schauen mal ob das so passt jawohl bei shell sehen wir jetzt schon unser logo mit der gelben muschel machen wir also weiter wir gehen wieder auf bearbeiten machen jetzt hier einen neuen aktionsblock und jetzt sagen wir wenn er shell nicht gefunden hat dann soll er bitte prüfen also elif das steht für else if und da sagen wir jetzt wenn jet in state attribute entity station name können wir uns eigentlich auch kopieren und ich glaube das hieß so die grafik schauen wir mal eben genau und dann seht ihr hier das logo von der jet für die rewe tankstelle habe ich jetzt kein logo vorbereitet aber ich denke das prinzip ist klar hier könnt ihr jetzt natürlich auch nach jedem weiteren begriff suchen jeden weiteren begriff würdet ihr mit einem weiteren elif beginnen dann hier euren suchbegriff austauschen und ja natürlich den pfad zu eurer grafik ja und das war es eigentlich auch schon wir haben unsere liste erstellt wir haben die liste sortiert und ich denke auch relativ hübsch und übersichtlich ausgegeben wie ihr das ganze jetzt letzten endes hier gestaltet ist euch natürlich völlig freigestellt hier sind eurer fantasie keine grenzen gesetzt schickt mir aber gerne auch mal eure beispiele was ihr hier draus gebastelt habt würde mich mal sehr interessieren aber ich glaube für dieses video soll es das an der stelle erst mal gewesen sein ja soviel zum thema benzinpreise sortiert in home assistant anzeigen lassen ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen wenn ihr doch noch irgendwelche fragen habt lasst mich gerne unten in den kommentaren wissen ansonsten wenn ihr noch weitere hilfe bei home assistant braucht schaut gerne mal bei uns auf dem discord vorbei dieser wächst von tag zu tag und da findet ihr sicherlich den ein oder anderen der euch auch bei eurem problem in home assistant weiterhelfen kann nebenbei behandeln wir dann natürlich auch weiterhin die themen arduino raspberry pi etc also alles rund um das thema smart home kann da munter diskutiert werden von daher schaut einfach mal vorbei ob da auch was für euch dabei ist würde mich riesig freuen ansonsten wenn euch das video gefallen hat zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch abonniert den kanal und klickt auf die glocke wenn ihr kein video mehr verpassen wollt ich würde mich freuen wenn wir uns auch im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten video ciao ciao